Ich glaube nicht, dass die meisten, die sich im Moment nicht impfen lassen wollen oder nicht geimpft sind, Impfgegner sind. Was mich jeden Tag erreicht, wirklich in unzähligen E-Mails, ist die Angst und Skepsis vor der Impfung. Und wir haben keine richtigen Beratungsstellen. Die Politik sagt einfach Ärmel hoch, du musst dich impfen lassen, sonst wirst du bestraft. Aber es gibt keinen Weg, wo jemand mal hingehen kann und sagen, ja, ich habe hier eine Autoimmunerkrankung. Die habe ich gerade unter Kontrolle gekriegt und jetzt werde ich mit dem mRNA-Impfstoff geimpft. Der macht so eine heftige Reaktion. Wer kann mir diese Angst nehmen?